Geck! Ich bin zu lange geflogen. Das darf ich nicht... Den Fehler darf ich nicht... Aua. Den darf ich auch nicht machen, jetzt. Aua. Okay, komm, kill mich. Komm. Komm, komm, komm. Das war ein Fehler von mir. So ein Fehler darf ich nun mal so nicht machen. So. Ich meine, hier, ja. Schön und gut. Hier haue ich mich selber oft genug. Ich bin zufrieden, dass ich das richtig mache. Aua. Boah, ich kriege jetzt mal so einen Schiss, wenn ich das vermassle. Oder wenn ich kurz davor bin. Aber ich bin jetzt einfach mal ruhig. Dann könnt ihr auch die Musik mal genießen. Ich bin zufrieden, dass ich mich nicht mehr so einen Schiss, wenn ich mich nicht mehr so einen Schiss. Also sehen wir den K選ung an. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. yet ist schon mal draufgefeiert. Das ist Great. Ich bin zufrieden. Ger Dank. Einmal von mir, ich bin zufrieden. Ratsign. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Das war's für mich. Das war's für heute. Der zweiter Für viel und es ist der 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 die 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 der die Das ist der erste. Sakuya... So, wir gehen in der Karte. Und was war das Ziel? Das war's für heute. Ich glaube, das ist so. Und warum hat sich diese Veränderung aufgeführt? Sakuya, ich kann es nicht mehr überlegen. Es ist ein Essen. Aber... Sakuya. Ja. Die Frau hat so gesagt. Das war's für heute. Heute haben wir auch noch ein Bier. Du hast nur einen Schocken aus dem Buch. Hast du auch so gemacht? Hast du auch noch so gemacht? Du hast auch nicht so gemacht. Ja, wirklich? Ich bin nur für die Wissenschaft. Ich bin nur auf der Suche nachdenken. Yohm! Ich bin jetzt hier nicht dran. Ja, ich bin jetzt! Ich bin jetzt wirklich schön. Yohm, auch hier hier. Ja, ich bin jetzt! Ah 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 Ahahaha! Meili, jetzt bin ich noch einen Geist geben. Ich kann mich nicht mehr machen. Ja, ja, ich muss noch mal spielen. Aris ist ein Hirscher, und er hat sich in die Verlangen. Schott ist wirklich okay? Das ist so gross, nicht wahr? Ich bin ja. Ahhhh! Babaaaaaaah! Ahhhhh! NICHiche! Ha 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 ha! Ah — Jingeh. Das war wirklich gut. Und so, dass es sich mit der Leid der Wien abします kann. Das war's so, was es. Ich bin schon wieder aufsetzt! Und es ist auch mal eine kleine Abwechslung zu Toho, finde ich, generell. Wer die ganzen Toho-Games kennt, versteht es auch. Ihr habt auch von mir schon oft genug, glaube ich, Subterranean in einem Version gesehen. Subterranean, oder wie auch immer. Ich weiß noch immer nicht, ob man die Aussprache davon hat. Geil. Wie dem auch sei, ich gebe dem Spiel... Was gebe ich dem Spiel? Ich sage mal, von der Grafik her hat alles nicht ganz übler hineingepasst. Und zwar, die Grafik des Hintergrunds war meistens viel, viel höher als die der Charaktere. Und das bringt es irgendwie so ein, ich sage einmal, so ein trockenes Schema rein. So, ja, ich bin Pixelmännchen und laufe in einer 3D-Welt rum. So ungefähr kam mir das vor. Aber ansonsten, ich finde, von der Spielmechanik richtig gut gemacht. Und ich kann mich erinnern, das erste Mal, wie ich es gespielt habe, das war im Livestream, habe ich mir viel, viel schwieriger getan. Und man sieht, man kann sich viel leichter tun in dem Spiel. Demnach, ja, das war's. Ich werde dann vielleicht auch noch die O-Markes hochladen, die folgen da. Und ja, ansonsten danke Leute fürs Zusehen. Es hat mir sehr Spaß gemacht, auch wenn es wieder nur so ein kleines, kurzes Projekt war. Aber ich wollte es auch einmal dazwischen schieben. Thank you for playing all stage clear. Da fehlt ein Punkt. Thank you for playing all stage is clear. Da fehlt ein S. Okay, egal. Wir drücken den A-Button bei mir, der Einser. Und ich werde jetzt nicht Phantasm machen. Video macht's ja. Wie gesagt, danke Leute fürs Zusehen. Wer meine anderen Let's Plays verfolgen will, kann es gerne tun. Siehe meinen Kanal. Ansonsten, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns bei anderen Projekten oder gar nicht mehr. Tschüss. Na, nein. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.